41 Wir müssen das gewinnen, ne? Die haben eben noch alle gespakt Wir müssen das gewinnen! Dann haben die gesnipet, oder was? Hätten gesnipet? Ich kann schon sagen, dass die haben alle gespakt Ja, ich bin zu schrift. Sorry Wie viel hast du? Weiß gar nicht, ne? Andere Seite. 34, für 20 28 25 Ey, 24 Ja, ich mach das mal direkt Warporn, ich muss mal merken die Scheiße hier, Alter 99 Ja, das ist So richtig Rush, wir haben fast wieder Das ist richtig Du hast bei 1,30 da direkt einen Bau Lass ihn machen Vertrauen Noch mal was? Ja, raus So los, dann Zieh mal durch, weil die Meilen weit über uns sind. Wir müssen einfach mal Gehltelfon, dui, dui, dui Gehltelfon, dui, dui Gehltelfon, dui, 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 dui Gehlt Junge, die Dings ist so OP, ne? Zweierbau Na 10 Sekunden hast du schon das ganze geklärt? Hab ich schon, ja Ja Äh, einer muss savebauen, Luister muss savebauen Man könnte halt sonst bei 1,20 einen Bau machen, wenn man direkt fort Gehltelfon Kommt doch, Rods spammet Ja Ich hasse solche Leute Der kommt, der kommt Doch fuck, die Rod kommt jetzt Nein, Donse Da hab ich keiner schlecht safe kommen, wenn er somben will. Wir haben jetzt aber direkt Zweierbomb. Robots, die Eierbomb. Habt ihr ihn angemacht? Ok, nice. Zierade, Zierade. Der Bomb kann ich eh nicht spammen. Ach keiner, ne? Ich wollte aber schon gut drauf. Ja, das hat er auch. Die Eierbomb. 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 OneStack kommt einer. Wie viele Webs hat der Habin? Oh. Das ist auch ein. Es blieft OneStack, oder? OneStack wieder breit. Ich bin oben bei dem Freeway. Die sind ja gut. Kann man nicht treffen. Einer hat noch OneStack, pass auf. Ja, nein. Doch, das blieft OneStack noch. Kannst du mir schnell Sachen gehen, dann kann ich die erste Schicht schnell zu Ende bauen, dann haben wir einen Vorteil. Das war's gut von euch zusammen. Die Eierbomb. Die Eierbomb. Ja, wir sagt wenn wir zu 91. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.